In 30 Sekunden geht's los. Vorher danke an unseren Sponsor. Das ist wie eh und je Autohaus Dürkopp. Die gibt's zweimal in Braunschweig, aber auch in Goslar und Hildesheim. Falls ihr auf der Suche nach einem neuen Opel, Peugeot, Fiat oder zum Beispiel Kia seid, ist Dürkopp ein Top-Ansprechpartner. Die haben immer wieder gute Gebrauchte im Angebot, aber auch spannende Neuwagen. Ich liebe ja zum Beispiel den Opel Astra, aber auch den Corsa Electric. Schaut da also gerne mal vorbei auf Dürkopp.de, Dürkopp mit UE. Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu 5 nach 5, eurem Nachrichten-Podcast der Braunschweiger Zeitung am Freitag und heute wieder mit mir, Selin und Lukas. Moin moin und das sind heute unsere Themen. TU Braunschweig ist in der Kritik. Salzgitter läutet endgültig das Ende der Hochofen-Ära ein. Und Eintracht Braunschweig testet erfolgreich gegen St. Pauli. Bei der TU Braunschweig sind gerade nicht alle Studierenden happy, so wie es aussieht. Kurz nach Semesterbeginn fallen viele Lehrveranstaltungen aus und zwar vor allem bei dem Thema Verkehrsplanung. Ausgerechnet in diesem Top-Forschungsschwerpunkt, muss man sagen, Mobilität und so, da ist die TU ja recht weit vorne. Ja genau und die Studierenden haben sich bei uns per Mail gemeldet, denn Fakt ist, der Lehrstuhl werde wohl vorerst nicht neu besetzt. Also jetzt fühlen sich die Studis im Stich gelassen und ich finde eigentlich berechtigterweise, denn die abgesagten Kurse zu den Themen nachhaltige Mobilität und ÖPNV seien ausschlaggebend, dass auch auswärtige Studierende nach Braunschweig an die TU kommen. Und das ist natürlich blöd, wenn du extra hierher gezogen bist und dann fallen genau solche Kurse aus. Ja, das stimmt. Das soll eigentlich nicht so sein. Unser Wirtschaftsredakteur Andreas Schweiger hat mal ein bisschen genauer nachgefragt, was da eigentlich los ist. Und die TU hat darauf jetzt auch schon reagiert und sagt, dass es keine weitreichenden oder großflächigen Ausfälle von Lehrveranstaltungen geben würde. Betroffen seien lediglich eine Pflichtveranstaltung aus dem Bachelorstudiengang und mehrere Wahlpflichtangebote, die es auch in anderen Massenstudiengängen gäbe. Und ja, dann dahinter noch der Standardsatz, es wird an einer Lösung gearbeitet. Genau, mehr dazu lest ihr bei uns auf der Webseite. Den Artikel verlinken wir euch nochmal. Man kann ja fast schon sagen, dass in Salzgitter Historisches passiert. Hunderte Arbeiter sind bei der Salzgitter AG gerade damit beschäftigt, den Hochofen A General zu überholen. Aber das wird ja wohl auch das letzte Mal sein, dass sowas überhaupt gemacht wird. Und das hat auch einen Grund. Bis 2033 will die Salzgitter AG ihre Stahlproduktion nämlich komplett umstellen. Und dann soll das Ganze eben auch CO2-frei passieren. Grüner Wasserstoff soll die Kohle ersetzen. Dann wird es also künftig diese klassischen Hochöfen, die wir alle kennen, nicht mehr geben. Das ist dann so ein Ende, irgendwie so einer Ära, ne? Ja, schon eindeutig. Bis es aber soweit ist, müssen die alten Hochöfen eben noch eine Weile Geld verdienen und so den finanziellen Grundstein für die Transformation legen. Das wird ja unfassbar teuer. Und ja, der Konzern Salzgitter AG investiert jetzt rund 130 Millionen Euro in die Generalüberholung. Und ich finde das allein schon so ein spannendes Ding. Ich habe das in der Schule mal gelernt, dass so ein Hochofen eigentlich durchläuft. Und zehn Jahre läuft der komplett am Stück, also ballert es die ganze Zeit quasi und 2000 Grad sind da ja drin, damit der Stahl produziert werden kann. Nur alle zehn Jahre muss dann eben mal ein bisschen was erneuert werden. Die neue Brandschutzsteine werden da gemauert und so. Also es ist schon unfassbar und es kostet halt auch wahnsinnig viel Energie, so einen Hochofen hochzufahren. Deswegen läuft er eben die ganze Zeit, weil es wäre einfach nicht wirtschaftlich, den irgendwann mal abzuschalten. Aber ich finde, apropos Wirtschaft, du hast es gerade angesprochen, ich finde, es zeigt ja schon, wenn die jetzt nochmal 130 Millionen Euro in die Hand nehmen, um den General zu überholen, wie viel Geld sie quasi damit dann verdienen, um dann diese Transformation auch sich leisten zu können. Also es ist heftig. Naja, auf jeden Fall Ende des Monats soll die Arbeit dann vorbei sein. Dann werden hier wieder rund zwei Millionen Tonnen Roheisen im Jahr produziert. Alles über die Restauration des Hochofens und der Zukunft bei der Salzgitter AG lest ihr bei uns im Artikel, den verlinken wir euch. So, Eintracht Braunschweig hat heute gegen St. Pauli getestet. Man konnte das Spiel live auf Braunschweigerzeitung.de mitverfolgen. Das haben wir natürlich auch alle hier getan. Zwei zu eins war das Ergebnis. Unser Sportredakteur Lars Rücker war heute live vor Ort. Und Lars, du sitzt jetzt auch schon wieder neben uns bei uns im Studio. Moin. Erzähl doch mal, was so dein Eindruck vom Spiel war. Es war jetzt ja vor allem das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Daniel Scherning. Genau, es war ziemlich kalt draußen. Oh, das glaube ich. Ansonsten war es aber ein ordentlicher Test gegen den Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Daniel Scherning bleibt als Eintracht-Trainer ungeschlagen. Unglaublich in diesen Zeiten. Aber ansonsten muss man sagen, es waren viele Nationalspieler nicht da. Es wurde viel gewechselt. Also für all das, was in der Liga ab kommenden Freitag wieder folgt, hat dieses Spiel wahrscheinlich wenig Aussagekraft. Aber positiv. Genau, das wollte ich gerade fragen. War denn St. Pauli in ihrer Stammmannschaft da? Also da waren schon genug Zweitligaspieler auf dem Platz. Tabellenführer halt vor allem. Ja, genau deswegen. Das ist schon krass. Das ist doch aussagekräftig. Ist das jetzt der Beginn einer Serie? Boah, darauf will ich mich nicht festnageln lassen. Aber es haben sich einige Spieler zeigen können. Luke Ehorst, der lange, lange verletzt war und dem irgendwie immer wieder Mist passiert ist. Der hat jetzt heute zweimal getroffen, hat gut in die Abschlusssituationen gefunden. Andere konnten sich auch zeigen. Und ja, das kann für den neuen Trainer sicherlich von Vorteil sein, dass er nicht nur auf die Elf zählen kann, die er dann in seinem ersten Pflichtspiel beim 3 zu 2 gegen Osnabrück auf den Platz geschickt hat von Anfang an. Ja, wir freuen uns also für Eintracht. Da tut sicher jeder Sieg doppelt gut in dieser schwierigen Lage. Du hast jetzt aber noch einen anderen wichtigen, vielleicht einen noch wichtigeren Eintracht-Termin heute vor dir. Denn heute Abend ist noch Jahreshauptversammlung. Was erwartet dich da? Da könnte es ja auch zur Sache gehen, oder? Ja, das ist ja auch so ein Wild-Guess. Das Präsidium von Eintracht Braunschweig wird neu gewählt. Es gibt allerdings keine Gegenkandidaten. Also das bisherige Präsidium in leicht abgewandelter Zusammenstellung stellt sich wieder zur Wahl. Und aufgrund der nicht ganz so rosigen Situation der Profifußballer könnte es da ganz schön hitzig werden. Weil das, was in der zweiten Liga auf dem Platz passiert, das ist dann auch immer so ein bisschen der Stimmungsindikator für das, was dann heute Abend bei der Wahl abgehen dürfte. Da halten wir euch auf Braunschweiger-Zeitung.de, natürlich auf dem Laufenden. Genau. Und am Ende, kurz vorm Wochenende, haben wir noch einen Lesetipp für euch. Unsere Kollegin Jana Sievers hat mal einen Selbstversuch gewagt und ist in Wolfsburg tauchen gegangen. So richtig mit Sauerstoffflasche und so weiter. Habt ihr das schon mal gemacht, Jungs? Nee. Ich weiß auch nicht, ob ich mich überwinden würde, aber die Bilder sahen ganz cool aus und sie war echt begeistert, wie sie sich geschlagen hat und wieso sie sich plötzlich wie Darth Vader fühlte. Das lest ihr bei uns in der Reportage, verlinken wir euch natürlich auch noch. Ja, jetzt müsste einer von uns einmal ganz kurz... Wusstet ihr, ja, das Coole ist ja, dass dieses Geräusch von Darth Vader tatsächlich aus so einer Tauchflasche entstanden ist. Ach, witzig. Ja. Ja, das ist cool. Jetzt habe ich einen coolen... Was verraten? Ja. Ach nein. Egal. Man kann trotzdem den Artikel noch lesen. So, das war es auch schon für heute. Lars, du guckst gerade so, als ob du noch was sagen wollen würdest. Nein. Viel Spaß heute Abend, Lars. Dankeschön. Und euch wünschen wir jetzt einen richtig schönen Feierabend und ein viel besseres Wochenende. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.